hallo herzlich willkommen und seid gegrüßt edle siedelnde nach längerer zeit mal wieder ein video von mir leider oder zum glück je nach sichtweise gibt es im moment sehr viel arbeit bei der arbeit für die mittlerweile ehemalse wohnungslosen menschen in düsseldorf dürfte zum glück sehr passend sein für meinen kleinen youtube account es ist ein leider aber da setze ich die prioritäten auch noch ganz klar auf die arbeit mit den wohnungslosen und an der stelle eine kleine bitte wenn ihr wohnungen in düsseldorf habt oder vermietungen dort kennt wir suchen noch wohnungen am besten auf dem preislichen niveau der grundsicherung in so ziemlich jeder größe von ganz klein bis sehr groß mittlerweile konnten wir über 300 haushalte in sehr stabile wohnverhältnisse bringen davon 2024 über 100 haushalte ich bin mir dabei natürlich durchaus bewusst dass es sehr unwahrscheinlich ist über dieses video angebote zu bekommen versuchen kann man es aber dennoch mal fahren kann es ja nicht und es gab allerdings auch lange zeit nichts neues zum spiel aber viele kleine änderungen auf die ich nun nicht eingehen möchte dafür wurden gleich gestern zwei neue themen eingesetzt die von den entwicklern von die siegler online quasi nebenbei rausgehauen wurden zum einen gibt es erste informationen zum versenden von mehreren entdeckern gleichzeitig in form eines screenshots zum anderen das halloween event mit den entdeckerinnen und entdeckern werde ich mich in einem separaten video noch befassen welches hoffentlich morgen noch kommt auf dem veröffentlichten screenshot ist noch ein bisschen mehr zu sehen als nur die entdecker damit ihr dieses video nicht verpasst vergesst nicht zu abonnieren das glöckchen zu drücken hinterlasst auch gerne ein like und ein kommentar unter diesem video und damit komme ich dann zum eigentlichen thema des heutigen videos das kommende halloween event ich werde euch hier zunächst das event selbst vorstellen natürlich inklusive aller möglichkeiten an die event ressourcen zu kommen danach werden wir uns den kaufmann anschauen auch hier gibt es wieder einige spannende neuigkeiten und viel gutes aus den letzten jahren und abschließend werde ich noch einige tipps für die zeit vor dem event und während des event selbst geben bevor ich danach noch zu meiner persönlichen einkaufsliste komme der offizielle event beginn ist noch nicht bekannt ich würde jedoch alle meine youtube einnahmen also ungefähr 0 euro auf den 21 10 20 24 setzen das hängt vor allem damit zusammen dass in den letzten jahren das event immer ungefähr zu dieser zeit auch begonnen hat begonnen hat und zum anderen auf dem test server wie hier bereits zu sehen ist das event noch 13 tage aktiv ist zeitlich würde es also passen der zweite etwas unwahrscheinlichere starttermin wäre dann der 28 10 2024 also eine woche später andere starttermine können natürlich auch sein werden wir dann sehen das event selbst dauerte drei wochen plus eine woche abschaltphase in der eigentlichen event zeit steht das komplette event zur verfügung in der abschaltphase produzieren eure kürbisfriedhöfe noch event ressourcen und ihr könnt beim kaufmann die event ressourcen gegen verschiedene sachen eintauschen in der abschaltphase sind die event quest deaktiviert und die entdeckerinnen und entdecker werden keine event ressourcen mehr mitbringen abgesehen vielleicht von einigen nachzüglern im halloween event wird es auch einen event kalender geben den ich euch nun zeigen werde dieser ist hier oben zu finden der event kalender hat 21 türchen und hinter jeder davon gibt es eine belohnung jeden tag gibt es eine kleine oder auch größere geschenke vom entwickler team das können förderungen sein die hier an den ersten beiden tagen zu sehen ist rohstoffe oder auch ähnliches es gibt dabei zwei arten von türen die normale türen lassen sich am jeweiligen tag öffnen die goldenen türen mit den sternen nur wenn man alle vorherigen türen geöffnet hat hat man eine tür verpasst lässt sich diese nachträglich noch mit edelsteinen öffnen sollte man natürlich nicht machen einfach einmal am tag einloggen tür auf machen das ist ganz wichtig hinter den goldenen türen verstecken sie dann größere belohnungen nach aktuellem stand gibt es nach sieben tagen eine spukfehler nach elf tagen eine prachtvolle wassermühle und nach 16 tagen den general verrückter wissenschaftler das kann sich zur live version natürlich noch ändern und da ich gerade bei diesem thema bin noch kurz der hinweis dass sich auch beim kaufmann und event allgemein doch etwas ändern kann beispielsweise am kaufmann die kosten für bestimmte sachen die event ressource im event das sind die kürbisse ihr bekommt diese auf verschiedene arten und weisen die meisten spielerinnen und spieler werden ein großteil der kürbisse über die entdecker und entdeckerinnen bekommen und das mit deutlichem abstand zu den anderen quellen die entdeckerinnen und entdecker bringen von stadt suchen kürbisse mit ihr könnt und sollte nach möglichkeit eure entdeckerinnen und entdecker auch skillen welche skillung ich dabei empfehle habe ich recht ausführlich im entsprechenden guide bereits erläutert der in der video beschreibung verlinkt ist schaut ihn euch auch gerne an die entdecker und entdeckerinnen benötigt ihr für diese skillung sechs manuskripte neuen compendien und sechs codices der guide ist zwar mittlerweile schon ein bisschen älter aber dennoch aktuell mittlerweile empfehle ich allerdings als erst den plüschigen entdecker zu skillen dieser bringt schlicht und ergreifend die meisten event ressourcen mit die zweite hauptquelle für kürbisse sind die kürbisse diese könnt ihr euch für wenige ressourcen direkt beim kaufmann holen insgesamt gibt es drei verschiedene stufen und von jeder stufe könnt ihr maximal drei versionen holen die friedhöfe produzieren kürbisse in verschiedenen geschwindigkeiten der kleine friedhof produziert alle fünf stunden und 20 minuten der mittlere friedhof alle zwei stunden und 40 minuten und der große friedhof alle 40 minuten jeweils einen kürbis dabei verbrauchen sie je produktionszyklus einen auffüller wenn alle auffüller verbraucht sind ist der friedhof leer bricht zusammen und produziert nicht mehr ihr könnt die friedhöfe wieder reaktivieren durch dünger was euch jedoch 75 kürbisse kostet um das zu verhindern könnt ihr auffüller in abenteuern bekommen und diese auf die friedhöfe anwenden die friedhöfe beginnen dabei mit unterschiedlichen mengen an auffüllern die kleinen friedhöfe haben 45 auffüller die mittleren 80 und die großen 100 einheiten um komplett während der gesamten event dauer produzieren zu können also vom beginn des events bis zum ende der abschaltphase benötigen die kleinen friedhöfe noch zusätzlich 81 auffüller die mittleren 172 und die großen friedhöfe 908 auffüller insgesamt braucht ihr also um von der ersten sekunde des events bis zur letzten sekunde der abschaltphase zu produzieren maximal 3483 auffüller genau genommen sind es etwas weniger da die wegzeit noch nicht mit eingerechnet ist ich schreibe euch diese zahlen auch mal in der video beschreibung rechnet es aber am besten im event dann aber selber aus es gibt dafür verschiedene rechner auch im internet die friedhöfe lassen sich fördern und produzieren dann mehr kürbisse am besten ist dabei natürlich die förderung des liebesbaums der für sechs stunden die produktion in einem umkreis um 1000 prozent erhöht auch die riesen schneekugel die viele spielerinnen und spieler leider nicht kennen ist eine gute möglichkeit die produktion deutlich zu erhöhen baut die kürbisproduktion um diese beiden gebäude ich halte mir auf meiner insel immer einen platz in der nähe des liebesbaums und der riesen schneekugel für solche event gebäude frei wenn ihr die gebäude noch nicht habt könnt ihr auch mit regenbogen schnee und ähnlichen förderungen die produktion der friedhöfe deutlich verbessern zu verbessern zu empfehlen ist natürlich dabei auch die prächtige freund förderung diese förderung verdoppelt die produktion von geförderten gebäuden noch einmal im falle der förderung mit dem liebesbaum bedeutet dies die grund förderung die grund förderung beträgt einen kürbis mit der liebesbaum förderung erhöht sich diese um 1000 prozent auf elf kürbisse pro produktion mit der prächtigen freund förderung wird diese dann verdoppelt und ihr habt eine produktion von 22 kürbissen vor allem bei den großen friedhöfen lohnt sich dies unter relativ kurzen produktionszeit sehr ihr bekommt dann alle 40 minuten 22 kürbisse und das ganze dreimal wenn ihr das auf drei großen kürbis friedhöfen laufen lasst mit stufe 19 bzw auch 28 erhaltet ihr eine ganze reihe von quest die ihr teilweise parallel abschließen könnt dies betrifft vor allem die ritual quest davon gibt es dreizehn stück die zum beispiel den abschluss einer bestimmten art von abenteuern beinhalten oder die produktion von ressourcen auch die anderen event quest bringen euch einige kürbisse die sammeln sich dann ganz schnell an kürbisse gibt es auch als sammelgegenstände auf eurer insel wenn ihr einen kürbis anklickt erhaltet ihr auch einen kürbis dafür nutze ich gerne im event den frühlingspark dieser hat eine förderung mit der fünf minuten lang auf der insel alle sammelgegenstände markiert werden das ist deutlich leichter dann zum einsammeln insbesondere wenn sich die sammelgegenstände irgendwo verstecken ein zentrales element im event ist auch der golem den zeige ich euch nun einmal dafür muss ich hier ganz nach oben gehen denn der ist auf der event insel diese ist nördlich vom rathaus zu finden er spawnt im rahmen der einführungsquests zum event sobald man vier gesegnetes wasser hergestellt hat das wasser lässt sich im proviantlager oder im raritäten proviantlager herstellen das wasser wird benötigt um den golem zu beschädigen und letztendlich auch zu besiegen sobald mit dem wasser die lebenspunkte des golems auf null gesetzt sind kann er besiegt werden dafür gibt es dann einige kürbisse und der golem kommt nach 16 stunden wieder und kann erneut besiegt werden ihr müsst dabei das wasser sich selber nutzen vielmehr lohnt es sich auch mit den freunden und gildenmitgliedern zu sprechen dass diese euren golem mit wasser angreifen bzw fördern der grund dafür zu dem komme ich gleich noch wenn ein golem fünfmal besiegt ist erscheint eine stärkere version des golems für diese benötigt man ein besseres gesegnetes wasser das ganze wiederholt sich mehrmals bis zur letzten erscheinungsform im endeffekt besiegt ihr am besten einmal am tag den golem wenn möglich natürlich auch zweimal und holt euch so einige kürbisse extra ab eine weitere quelle sind die erfolge die hier zu sehen sind davon gibt es insgesamt 24 stück um alle erfolge zu beenden müsst ihr 100 saures auch bei euren freunden und gildenmitglieden auf die gebäude packen es handelt sich dabei um eine spezielle förderung mit der ihr die gebäude einige zeit beeinträchtigen können man kann dies mit süßes zu einer förderung umwandeln die die produktion für zwei stunden um 300 prozent erhöht recht euch am besten innerhalb der gilde oder mit euren freundinnen und freunden ab und fördert euch dann gegenseitig zunächst mit süßes oder mit saures und dann euch selbst mit süßes zudem müsst ihr für die erfolge die quest zum event abschließen 400 kürbis auffüller zur aufladung und bei den friedhöfen packen 200 mal kürbissammelgegenstände auf der insel anklicken von jedem wasser je 50 stück auf die verschiedenen golems bei euren freunden und gildenmitgliedern fördern und jeden golem bei euch fünfmal besiegen deshalb sollte man auch immer bei anderen fördern also um die diesem wasser insgesamt bekommt ihr dann dafür 1280 kürbisse zumindest wenn ich mich nicht verrechnet habe es gibt darüber hinaus noch zwei weitere quellen für kürbisse aber zunächst einmal gehe ich hier kurz zurück auf die startposition wo ich eben hin wollte ihr könnt euch kürbisse auch für edelsteine kaufen direkt beim kaufmann ob ich die kürbisse die edelsteine wert sind müsst ihr selber wissen die zweite quelle für ist auch der geologe im urlaub dieser bringt bei erfolgreichen suchen immer ein paar kürbisse mit das könnt ihr auf zwei arten nutzen die erste möglichkeit ist es ihnen klassisch zu nutzen das bedeutet dass er vorkommen sucht und diese schlicht und ergreifend abgebaut werden die andere möglichkeit ist ein bisschen aufwendiger das ist es dass man mit ihm immer vorkommen sucht und das gefordene vorkommen direkt wieder abreißt so könnt ihr noch einiges mehr aus dem geologen im urlaub ausholen seid aber häufig damit beschäftigt eine mine oder ein steinbruch wieder abzureißen bei mir wird es vermutlich auf die erste variante hinauslaufen schicke ihn vor allem auf die suche nach stein marmor kupfer gold und kohle die vorkommen werden dann ganz normal abgebaut die angesammelten und auch erhandelten kürbisse könnt ihr dann beim kaufmann eintauschen gegen einige neue gegenstände und auch bekanntes aus dem letzten jahr und damit kommen wir zu diesem bereich des videos wie bereits in den letzten jahr events wurden scheinbar die pakete getauscht und jeder spieler und jede spielerin kann sich diese neu holen in der vergangenheit war es oft so dass man diese nicht holen konnte wenn man sie bereits im vorherigen jahr gekauft hatte das günstigste paket ist hier zu sehen die tasche aus einem albtraum oder auch albtraumtasche dieses paket ist einmal kaufbar und kostet 5999 kürbisse und beinhaltet einen sensenmann general eine geister villa eine verbesserte wildpirscher hütte ein silo sieben premium tage und eine prächtige freund förderung auf lizen man general hätte man aus meiner sicht die gut verzichten können dieser bringt kaum noch einen mehrwert für die meisten spielerinnen und spieler das wohnhaus lässt sich noch ausfondert ist damit dann doch ganz nett gerade im früheren spielverlauf die wildpirscher hütte und das silo sind vor allem für neue spielerinnen und spieler wichtig für mich persönlich lohnen sich hier allerdings nur die premium tage und auch die prächtige freund förderung die 5999 kürbisse werden mir diese wahrscheinlich auch wert sein den rest den rest kann ich innerhalb der gilte zumindest teilweise verschenken die albtraum box oder box aus einem albtraum ist das zweite paket im angebot und ist einmalig kaufbar für 9.666 kürbisse dieses paket beinhaltet ebenfalls eine prächtige freund förderung und sieben premium tage zudem erhält man den general verrückter wissenschaftler ein stein depot eine verbesserte bäckerei eine verbesserte farm und auch ein verbessertes lagerhaus das stein depot bietet verschiedene förderungen die gerade für neue spielerinnen und spieler nicht uninteressant sind hier ist vor allem eine förderung zu nennen für die mörtel fabrik die diese um 200 prozent erhöht der verrückte wissenschaftler ist bei einigen wenigen situationen noch sehr stark im weiteren spielverlauf nutze ich ihnen allerdings kaum noch die andere gebäude halte ich für gut und selbst im endgame auch noch für nutzbar die box werde ich mir ziemlich sicher auch holen vor allem wegen der verbesserten versionen der gebäude der prächtigen freund förderung und den premium tagen das teuerste paket ist die albtraum truhe beziehungsweise die truhe aus einem albtraum dies einmalig kauf war für 14.999 kürbis und damit schon ein richtiger brocken auch sie beinhaltet eine prächtige freund förderung insgesamt dann aber auch schon 30 premium tage zudem gibt es einen entschlossenen general einen mumifizierten geologen einen schreckhaften entdecker eine geisterlaterne eine fischzucht und auch eine dorfschule bei meiner bewertung lasse ich diese dorfschule direkt mal weg die ist zwar gerade für neue spielerinnen spieler sicherlich ziemlich gut hier im paket hat sie allerdings für mich kaum noch eine bewertung verdient die geisterlaterne bringt wöchentlich kleine quest die man oft nebenbei erledigen kann und die durchaus lohnende bonusbelohnungen mit sich bringen zudem gibt es jeden ebenfalls einmal wöchentlich eine truhe mit belohnungen ohne quest die geisterlaterne ist ein einmaleins gebäude kann also auch irgendwo in lücken hergestellt werden die fischzucht produziert fisch ohne vorkommen zu verbrauchen der schreckhafte entdecker ist sehr langsam und damit meine ich wirklich sehr sehr langsam dafür bringt er immer mal wieder bonusbelohnungen von schatzsuchen mit im event ist er kaum nützlich aber die bonusbelohnungen die sind wirklich super die noch nicht genannten sachen sind für mich der grund das paket zu holen 30 premium tage eine prächtige freund förderung beides ist eigentlich schon diese 14.999 kürbisse wert der mumifizierte geologe sucht dreimal so lange nach vorkommen die sind da sind dafür viermal so groß meine erste wahl vor allem bei eisen vorkommen zusammen mit dem kunstmuseum noch einmal richtig stärker eisen vorkommen sind dann mindestens 6000 einheiten groß teilweise auch über 10.000 der entschlossene general stärkt bei bestimmten einheiten die lebenspunkte deutlich recht gegnerische einheiten behinderten gegnerischen blankenangriff ich habe ihn einige zeit unterschätzt mittlerweile ist er vor allem in elite abenteuer bei mir ein fester bestandteil sehr stark bei der bergklang kampagne dieses paket sollten sich wenn möglich alle spielerinnen und spieler holen es lohnt sich absolut mit dem halloween event ist auch eine neue entdeckerinnen spiel gekommen die schwarzbaum entdeckerin diese findet bei langen sehr langen und ausgedehnten schatzsuchen eine förderung vom schwarzbaum beim schwarzbaum handelt es sich um ein gebäude mit sieben verschiedenen förderungen die teilweise sehr stark sind die entdeckerin selbst kostete 3699 kürbisse und man sollte sie sich holen vor allem auch im hinblick auf die schwarzbäum förderung davon abgesehen gilt in die siedler online seit anbeginn der zeit dass mehr entdeckerinnen und entdecker immer gut sind das schwebende eingesuchte lagerhaus habe ich bereits einmal gekauft und wie ihr auch hier bereits aufgebaut an dieser stelle es ist einmalig kauf war für 3599 kürbisse es handelt sich dabei um ein lagerhaus mit 40.000 lagerplatz das lagerhaus wird wie hier zu sehen ist wie auch auf dem wasser gebaut es erinnert dabei ein kleines bisschen an das verbesserte meeresanwesen das lagerhaus ist für mich resteverwertung ganz am ende des events sieht aber tatsächlich relativ gut aus muss man einfach mal so sagen die bio farm ist einmalig kaufbar für 1199 kürbisse das gebäude produziert alle zehn minuten ein getreide dabei lässt sich das gebäude sechs mal ausbauen was das ganze noch mal erhöht der ausbau scheint keine event ressourcen zu kosten sondern normale rohstoffe das gebäude steht bei mir auf der einkaufsliste der ich gleich wie gesagt noch einmal komme allerdings steht das gebäude nicht an erster stelle es produziert mehr getreide als ein normaler bauernhof weniger allerdings als ein verbesserter bauernhof dafür muss man bei den gebäude nicht darauf achten dass ein vorkommen in der nähe ist für 1199 kürbisse kann man bei diesem gebäude eigentlich nicht mehr kann es ist schön klein und lässt sich überall hinstellen neben diesen neuen dingen gibt es auch noch einige bekannte dinge aus den letzten jahren zu denen ich nun noch kommen werde der quartiermeister björn ist ein reiner transportgeneral das bedeutet er kann nicht kämpfen dafür hat er viel platz und bringt bei seinen reisen immer ein paar söldner rekruten mit er ist einmalig kaufbar für 6199 kürbisse die söldner rekruten dürften vor allem im frühen und eventuell mittleren spielverlauf interessant sein später machen sie kaum einen unterschied man kann sich diesen general gut holen wenn man auch keinen anderen transportgeneral hat zu weihnachten gibt es allerdings bessere aus meiner sicht die aber erst mal zu auri die dritte gibt es für 7999 kürbisse einmal zu kaufen diese menschenfressende pflanze produziert aus fleisch zauberboden ein wenig irritierend dabei ist dass in dem gebäude auch ein siedler arbeiten muss aber gut nicht jeder arbeitslos muss auch aus sicherheit bieten es gibt noch ähnliche gebäude wie zum beispiel die hasenzucht die ausgetreide zauberboden produziert dennoch kann sich auri lohnen wenn man eine stabile zauberboden produktion haben will den jüngeren zwillingsgeneral gibt es für 6999 kürbisse zu kaufen dieser kann nur wenige truppen mitnehmen haut dafür aber selbst sehr ordentlich zu und hat zudem einen flankenangriff er stärkt auch die eigenen defensiven einheiten indem er ihnen flankenangriff und zehn prozent höhere treffsicherheit gibt das macht ihn noch ein kleines bisschen stärker wichtiger ist bei dem general allerdings der eigene schaden 4500 bis 5000 schaden gar nicht schon mal ordentlich dies macht ihn in jeder phase des spiels zu einer verstärkung ich habe bereits einige jüngere zwillingsgeneral werden mir vermutlich im event aber noch einen weiteren holen die geisterhafte generalin ist dreimal für 5799 kürbisse kaufbar sie stärkt die lebenspunkte der eigenen einheiten halbiert die gegen ihre stresssicherheit damit kommt schon einmal weniger schaden rein zudem heilt sie 20 prozent der eigenen verlorenen einheiten ist schneller im abenteuer und kann sich einmal im abenteuer wiederbeleben eine ebenfalls sehr starke generellin die ich vermutlich auch viel häufiger einsetzen würde wenn ich nicht den jüngeren zwillingsgeneral hätte viele spielerinnen und spieler bevorzugen die jüngere bevorzugen allerdings die geister generalin der piratenentdecker ist ähnlich wie der schreckhafte entdeckern events wenig nützlich da er sehr langsam unterwegs ist dafür bringt der entdecker die man einmal für 3999 kürbisse kaufen kann bei schatz suchen boni mit ganz selten können das auch premium tage sein sollte man sich holen ebenfalls holen sollte man sich die verzaubernde entdeckerin diese ist zweimal für 4313 kürbisse kaufbar sie ist schneller bringt mehr schätze mit und dabei immer die höchstmögliche menge anschätzen für mich ein absolutes must have im event und ziemlich weit oben auf der einkaufsliste ganz genau auf platz 1 sogar die wundersame halloween residenz die hier zu sehen ist ist dreimal verkaufbar für 7995 kürbisse der ausbau kostet dabei noch weitere 2500 kürbisse beim ausbau auf stufe 8 wundersame residenzen gibt es in nahezu jedem event und ich werde auch nicht müde sein die zu empfehlen wir sind die mit abstand besten wohngebäude können maximal 650 bevölkerung platz bieten auf einem ähnlichen niveau ist höchstens noch der bungalow den man auf dem wasser platzieren muss und der ganz selten ist die wundersamen residenzen sind allesamt nicht günstig im einkauf und auch nicht günstig im ausbau dennoch eine klare spiel empfehlung vor allem für spielerinnen und spieler im endgame damit könnt ihr dann einige wohngebäude von früher austauschen schwarzbäume es gibt es wie hier zu sehen ist gleich fünf verschiedene farben man kann sie maximal auf stufe 7 ausbauen jede stufe bringt eine neue produktion die zum teil sehr gut ist jede schwarzbäume farbe stellt dabei eine eigene produktions kette auf das bedeutet dass ihr mit einem schwarzbäume blau eine produktion starten könnt und mit dem schwarzbäume rot eine weitere für mich sind vor allem die schwarzbäume pfeile die schwarzen wirbel und die schwarzbäume pollen sehr interessant und laufen meistens parallel in mehreren produktionen muss man sich nicht holen kann sich aber lohnen und nun nach diesen empfehlungen für den kaufmann möchte ich noch einige tipps und empfehlungen allgemein geben bevor ich mit meiner persönlichen einkaufsliste dieses video beenden werde lasst vor dem event kupfer marmor und stein leerlaufen damit der geologe im urlaub etwas hat was er finden kann sprecht euch auch mit eurer freundesliste und gilden mitgliedern ab und lasst euch einen tag vor beginn des events eine prächtige freund förderung geben am besten mit einem premium tag beim spender der prächtigen freund förderung denn dann hält diese noch mal einige tage länger ihr braucht im event diese förderung um komplett abgedeckt zu sein zweimal zum glück gibt es aber im event gleich drei stück in den paketen zu kaufen produziert für den golem schnell wenig wasser vor ihr werdet von den verschiedenen gesegneten wasser einiges brauchen dafür braucht ihr es auch sehr viel normales wasser versucht jetzt schon ein wenig davon einzulagern oder nutzt im event den wolfplatz wenn ihr ihn habt dieser erhöht mit einer förderung den ertrag von wasser produzierenden gebäuden um 400 prozent für 90 minuten so kommt ihr über engpässe schnell hinaus hat es bereits erwähnt gilt eure entdeckerinnen und entdecker und schickt sie ein bis zwei mal am tag dann weg wir bringen noch genug ressourcen mit und ihr müsst sie nicht ständig neu starten zumindest bis es diese neue sache gibt von der ich euch im nächsten video erzählen werde setzt euch wenn möglich feste zeiten ich mache so dass ich möglichst immer abends gegen 18 uhr und morgens um 6 uhr die entdecker wieder weg schicke eines der wichtigeren ziele im event sollte der sammeln der auffüller sein versucht unbedingt zu verhindern dass die friedhöfe leer laufen vor allem die nobeln also die ganz großen auffüller lassen sich in mini abenteuer und mehr spieler abenteuer sehr schnell ansammeln nutzt hier auch die schnellere anreise mit dem schwarzen wirbel oder dem observatorium im durchschnitt müsst ihr in den 21 tagen vom eigentlichen event pro tag 166 auffüller sammeln damit könnt ihr dann im event von ganz von anfang bis ganz zum ende durch produzieren ihr könnt auch vor dem event ein größeres abenteuer starten und bis zum ende spielen beendet ist dann erst im event und ihr bekommt schon die ersten auffüller ich werde euch versuchen eine liste mit allen abenteuern alphabetisch sortiert in die video beschreibung oder in einen kommentar zu packen wie immer achtet im event auch auf die erfolge diese vergisst man ganz gerne mal viele von den erfolgen könnt ihr nebenbei erledigen einige muss man gezielt angehen denkt auch an den ostereierbomben dieser erhöht wenn ihr ihn habt für 48 stunden die anzahl der kürbisse durch entdeckert deutlich das solltet ihr dann starten sobald ihr euch die entdecker im spiel geholt habt vor allem die verzaubernde entdeckerin wenn euch noch kürbisse fehlen kauft diese vor allem in der abschaltphase ein hier verkaufen viele spielerinnen und spieler noch ihre restlichen kürbisse und man kann mit einigen ressourcen vor allem mit den teuren ressourcen noch viel erreichen und nun kommen wir noch zu meiner persönlichen einkaufsliste eine persönliche einkaufsliste beginnt mit den verzaubernden entdeckerinnen diese bringen schlicht und ergreifend die meisten kürbisse direkt wieder mit anschließend hole ich mir die schwarzbaum entdeckerin die neu im spiel ist diese werden dann auch allesamt direkt auf stadt suchen geschickt und können sich zum teil ein wenig refinanzieren nach den entdeckerinnen werde ich mir sehr wahrscheinlich die drei pakete gönnen beginnend mit dem teuersten paket insgesamt habe ich dann da schon mal 42 premium tage extra und entschuldigung sogar noch zwei mehr und einige wichtige spezialisten danach wird die bio farm gekauft und direkt ausgebaut um ein paar stufen vermutlich die stufe vier oder fünf danach wird die ausbauzeit schlicht und ergreifend zu langen und ich will noch die bonus produktion durch die prächtigen freundförderungen nutzen danach hole ich mir den jüngeren zwillingsgeneral und die wundersamen halloween residenzen erst genannter wird direkt geskilled und vermutlich viel beschäftigt seien bereits im event die residenzen werden direkt ausgebaut und dafür einige der älteren wohngebäude abgebaut im ganzen folgt ja noch der praten entdecker alles andere hat für mich oder ist für mich persönlich kein must have mehr hier werde ich dann schauen wie sich das entwickelt im event wir haben erfreulicherweise einige neue spielerinnen und spiele in unserer gilde auch an der stelle ein herzliches willkommen und ich vermute dass ein wenig unterstützung an dieser stelle noch sehr gut sein kann und damit bedanke ich mich für eure aufmerksamkeit wünsche euch einen schönen herbst eine schaurige halloween zeit viel spaß im spiel und dem msv duisburg viel erfolg heute gegen rödinghausen bis bald